Herzlich Willkommen, ich kann leider nicht die ganze in Deutsch sprachen, aber sie sind alles herzlich willkommen und ich hoffe, dass Sie hier ein gutes Tag mit zusammenkommen Verbringen! Verbringen, ja, das war es! Das ist so, wie alle Tutscher kennen, aber das ich versuche, ist wirklich das, was Sie sagen richtig gut Unfortunately, das sind die Worte, die ich weiß, dass ich fast in Deutsch spreche, also ich versuche etwas in Englisch, und dann hoffe ich, dass Sie sich helfen. Denn die wichtigste Sache ist, dass es immer willkommen ist, wenn es international ist. Willkommen ist die wichtigste Sache, wenn es international ist. Und was ist wichtig, wenn es willkommen ist, ist, dass wir in einer Gesellschaft, in der nicht so lange vor, die Organgrinders nicht immer willkommen waren. Sie waren oft oft veterans, oder handicappt, die Menschen, die Probleme hatten, in der Leben hatten, und dann finden sie eine Möglichkeit, dass sie willkommen willkommen sind. Denn was ist die einzige Sache, wenn wir, Menschen, sind sehr unterschiedlich, und einige von uns sind zu kämpfen, dass sie immer wieder öffnen können, und das ist natürlich auch die Musik. Musik, die Song und die zusammenkommen mit etwas, das einen Schmerz bringt, das kann jeder Haus, jeder Herz öffnen. Ich bin sicher, dass Sie auch hier in Roskilde machen würden, also wieder einmal sehr herzlich willkommen. Ich danke Ihnen allen Drehorgelspielern, dass Sie uns so nett aufgenommen haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja porque jetzt, du κά fracture. Ich weiß nicht, ob du gerne hast 우리�иться in Helle? Ich weiß nicht, ob du gerne hast llevest du gerneвой? Ich weiß nicht. Ik Hunter. Nein, doch. Du kommen auch hier. R documentary. Was ist die einfach hier? Es geht mal? Nein, du sollst hierher weg. Denher weg. En días lang? Ja. Du solltest medio hoch? Wir haben ein Tempo für uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Es war eigentlich schwerer, als man glaubte. Man kann gleich finden Tempo. The nicest girl walking on the string here. Ja, ja. Ja, det er en 107 år gammel liakasse. Det synes jeg faktisk er lidt sejt. Ja, og han har haft den for ny. Thank you. Thank you so much. Please. Peace. Amen. 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 Amen.